Bronze Bamberg ist die Generalprobe für das Pokalfinale der Basketball-Bundesliga, BBL, am Sonntag in eigener Halle gegen Alba Berlin mit viel Mühe geglückt. Der frühere deutsche Serienmeister schlug die Frankfurt-Skyliners zu Hause 74 zu 73, 33 zu 38, Tyrese reiste lang 25 Sekunden vor dem Ende der entscheidende Korb. Bamberg spielt am Sonntag, 15 Uhr, gegen Wiesemeister Berlin um seinen sechsten Pokalsieg. Bester Werfer am Mittwoch war Reis mit 17 Punkten. Bamberg lief lange einem Rückstand hinterher, rettete sich aber in der Schlussphase. Derweil feierte der mitteldeutsche B.C. einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Das Team aus Weißenfels gewann nach sieben Niederlagen in Serie 77 zu 76, 33 zu 35 gegen die M.H.P. Riesen Ludwigsburg und steht mit 8 Uhr 32 Punkten weiter auf dem 16. Platz. Ludwigsburg, 20 Uhr 20, verlor dagegen im Kampf um die Playoffs am Boden. Die Eisbären Bremerhaven unterlagen den Gießen 46, 92 zu 101, 47 zu 50 und rutschten mit 6 Uhr 34 Punkten auf den letzten Tabellenplatz ab. Das bisherige Schlusslicht Kreilsheim Merlins sorgte beim 97 zu 90, 42 zu 52 gegen Medi Bayreuth für eine Überraschung. Der Aufsteiger ist neuer 17. Untertitelung des ZDF für funk, 2017